Europa ist gut. Die Idee einer europäischen politischen Union ist gut. Ich mache mit bei Pulse of Europe, weil mir die Werte von Aufklärung und Humanismus wichtig sind. Religion ist erlaubt, ist aber Privatsache. Damit dieser Kern nicht verwässert, muss es auch die Möglichkeit geben, sich genau anzuschauen, wer dabei sein kann in diesem Club. Und es muss auch die Möglichkeit geben, ein Mitgliedsland, in dem diese Werte keine Geltung mehr haben, zu sanktionieren und gegebenenfalls auch rauszuschmeißen. Dass das bis jetzt nicht vorgesehen ist, halte ich für einen Konstruktionsfehler, aber das kann man ja ändern. Man kann überhaupt vieles ändern, vieles verbessern an dieser Europäischen Union. Man muss es halt auch machen. Es lohnt sich.